Stuttgart hat eine gute Mannschaft, ob sie Tabellenletzter sind jetzt und für uns wechselt es sowieso nicht viel. Der Trainerwechsel ist sehr früh gekommen, aber das ist nicht unsere Sache. Marco kann trainieren, es wird okay sein. Er hat seit mehr als zweieinhalb Jahren niemals 90 Minuten gespielt, ich glaube drei Jahre, und er ist hier gekommen, war natürlich nicht topbereit und er kommt peu a peu natürlich. Wir haben sehr schnell festgestellt, dass er ein sehr, sehr guter Spieler ist. Er ist peu a peu bereit am Anfang zu spielen, natürlich.